ja hallo mein name ist der new lp und spiel kurz zurück zu let's play dragon box universe 2 in der letzten folge haben wir ein paar parallelquests abgeschlossen und jetzt werde ich mich mal bei meinen meistern etwas hier aber weiterentwickeln weil ich habe was geiles herausgefunden als ich auf screen gespielt habe und zwar man kann den meister wechseln und wenn man den meister wechselt dann wird der balken nicht reset also der zunagungsbalken hier und ich glaube das war im ersten teil nicht so jedenfalls habe ich das mal ausgenutzt und drei meister hier gemäxt damit wir deren ausbildung nehme ich mal an abschließen können ich habe von raditz irgendwas bekommen nachdem ich ihm glaube ich angesprochen habe als seine werte irgendwie also seine zusage sein zunagungsdingen irgendwie über die hälfte gewesen und ich glaube ich habe irgendeine super seele bekommen oder so ne ich habe irgendwas anderes ich habe immer zu meinen profil habe ich bekommen irgendwie weil ich mir das glaube ich irgendwie so war glaube ich immer bezahlt sind zwar so elite science irgendwie sowas und ja ja wir sollten ja von klinien jetzt auch irgendwie sowas bekommen also guck mal endlich habe ich einen eigenen schüler ich betrachte mich selbst noch als muten rossi schüler deshalb ist es seltsam einen eigenen schüler zu haben was er mit hin und ich auch so gut oder wie geht trainiert oder begete habe ich um das auge von warum hast du mich stattdessen ausgewählt hey ich will dich nicht beschweren ich bin total begeistert dass du mich ausgewählt hat aber ich bin bin ich gut genug für dich nein nein ich bin jetzt trainer ich darf keine schwäche zeigen dass mich ausgewählt also mache ich dich stärker also meine ehre als sein lehrer also machte keine sorgen der stärkste erdenkrieger ok ich kennengelernt habe es sich sofort dass du ein zehkunde bis als ob du das kämpfen gewohnt warst aber es war noch mehr du hast dich wieder geworne kampf sport aber wie jetzt ich wüsste vor dass du unglaubliches potenzial hast deshalb war ich etwas nervös als du mich gebeten dass dich zu trainieren ich musste helfen ein volles potenzial zu entwickeln das ist eine große verantwortung also gut ich werde mein bestes geben um mich zu trainieren entspannen ich bleibe an deiner seite bist du der stärkste kampf sportler der galaxie geworden ist so bleibt so bei mir verstanden nochmal ok vor kurzem habe ich mir ein neues ziel gesteckt ich werde ich trainieren bist du noch besser besser zum ok oder begeta herr auf zu lachen das trifft uns beide ok also gekämpft habe ich mitgefiebert das habe ich schon sehr lange nicht mehr aber ich habe okay aber ich merke dass mein schüler vielleicht der stärkste kampf der welt sein wird könnte ich mich nicht zurückhalten ich bin vielleicht nicht so stark wie es um ok oder vegeta war als lehrer habe ich meine stärken schlicht fest das nächste wird gewinnen wir das laut zu sagen ist irgendwie peinlich wir immer wir sollten weiterhin hat trainieren in den techniken meisters die ich dir beibringen wirst du mich garantiert übertreppen ok kommen wir jetzt das letzte trainieren irgendwie nicht hey man kann ich nicht die letzten dinger machen ich kann irgendwie nicht letzte fähigkeit hier einmal soll hier keine ahnung vielleicht muss ich das hier machen mit ihnen hier ist ja anscheinend stark bewertet und eine geschichtswissen ist auch nicht schlecht es hat zu versuchen nächste stufe zu erreichen wenn du interesse als ab dem roboter oder dass du ein test abgeben möchtest wie wäre es einige der älteren kurse neu zu absolvieren was gezeichnet solche grundlagen sind aus wie ich das habe ich glaube schon mal eine herr hat ja ich habe aus green machen wir machen wir mal das hier kann man glaube ich noch ein meister oder so freischalten und jetzt besteht sie jetzt einen rang und weil zugang zu weiteren ausbildern ja machen wir mal spieler tp energie okay ich dachte wir können jetzt endlich die vierten fähigkeiten lernen übrigens gerade hat uns auch irgendwie so angesprochen hat gesagt ja ich bin gut dass ich meinen eigenen schüler ab und so aber ich darf es nicht von appa und begeta zugeben und irgendwie sowas und ja ich erledigen wir uns eine hallo eine aufladefähigkeit und haben übrigens 35 ich glaube ich fast jeden wert auf 20 fast ich habe es auch schon maximale ladung aus meinen vorherigen spiel stand aber dann will ich natürlich nicht einsetzen hat kommt mir auch voll geschummelt vor deswegen bin ich gut ab jetzt energieladung bekommen ich komme dann die letzten fähigkeitscheidern einfach ab und eigentlich nur die ganze zeit dann auch läuft eigentlich schon ich könnte aber meine ultimate einsetzen habe ich glaube ich noch nie eingesetzt auf screen die möchte ich auch mal sehen dieser molotov angriff hier wachstum teufel eingesetzt worden angegriffen super ja super wir müssen ja auch mal sehen hier ungefähr abhängig ist hat jetzt noch mal an monotov dingen zum teufel ja nicht einsetzen werde mal abgebrochen okay jetzt hätten fähigkeiten lernen und ein bisschen durch energie lagung da packt man direkt rein sonnenforscher sitzt sowieso ein du bist das tode ist okay cooler warum du bist das tode sie hat mich schon erledigt jetzt kann ich nicht gucken ob der das unterricht bei neuen ausbildern nehmen du solltest die neuen ausbilder grüßen und die neuen verfügbaren lektion nutzen aber wie kann ich verdammt noch mal die vierte fähigkeit von denen lernen dann kostet mich vorhanden mehrere stufe super bringt mir das wir sollen wir suchen uns dann noch mal neue meister weil wenn ich die alle so gleichzeitig trainieren kann dann welcher noch verdammt noch mal machen ich habe schon geworden ist irgendwo hier ist dann gut für mich aufs klima die kann ich an offscreen trainieren während parallelquests und also was und dann kann ich in den aufnahmen alles hier ab rutschen gegensatz zum ersten teil wo ich immer einen suchen musste den hochlevel musste dann musste ich mir neuen suchen und dann muss den hochleveln und so weiter da war ein bisschen nervig aufnahme mäßig ich mach mal direkt sowieso jetzt also ganz viele ausbilder noch nicht ich kennenzulernen mein name ist so an ich weiß nicht ob ich ein guter lehrer sein werde aber ich gebe es ist so ich bin kurz mit ton anbinden ich bin kein großer kämpfer wie mein vater oder picot aber meine fähigkeiten nutzen können bringe ich dir bei was ich weiß also ich freue mich drauf jetzt wirklich unterrichtender gut wenn du meinst bevor wir beginnen ist es noch nur wenn ich dich prüfe um zu sehen gestartet ist es wäre wirklich hilfreich damit ich weiß wie ich es dir zeigen soll so breit wir auch einfach die ganzen techniken und so on screen lernen weil ich möchte die balken von dem hier aus genau ich tue ja sowieso ausgehen irgendwelches zeug machen wenn ich dann nebenbei die aufleveln kann dabei dann ist das besser praktisch alt zum aufnehmen ja mal gucken ich habe meinen ging es jetzt nicht verdammt sagen jetzt gleich so an also ich durfte nicht damit okay dachte ich muss ihn damit erledigen aber später also was wir jetzt machen jetzt erst mal einige ausgeladen suchen damit die auf level kann ausgehen geht aber irgendwo noch umlaufen glaube ich piccolo wir haben schule jetzt endlich das letzte machen können kann es mir ein bisschen an was ist das gleiche ja okay also geschafft gut gemacht ich glaube du weißt du wirst den kurs nicht mehr ausgedacht hat problem ist absolvieren kommt vorbei wenn du in stimmung zum lernen bist ja als er wollte ich natürlich machen muss es die mal zum ausbilder machen damit ich bei denen weiterkomme beziehungsmäßig ist auch immer mal jetzt ob klin irgendwas macht der ist jetzt nicht bei dana ja ich habe schon gewartet ist das beste stärker geworden soll dir so lange eine besondere technik beibringen jedoch habe ich mich schon gefreut wir können jetzt ein training jetzt ab mir wenn du soweit bist was willst du lernen lektion 3 steu kam ja da habe ich doch schon ja kommen wir mit klin endlich mal training abschließen ist er wieder für jeden meistern der trophäe ein bisschen blöde weil es gibt deutlich mehr als im ersten teil glaube ich eine schöne musik lektion 3 die reaktion des ausbildes abjahr von kiewel gerade nach vorne hat die sich umgehen geht nach ausschreibung zu einem flechner das heißt aber genauso wie die andere fähigkeit und sie fähig kann ich irgendwie anders so hat es haben irgendwie so hat eine deutsche version naja krisen dann irgendwie soweit da muss ich alle damit erleben ich nehme an jane ja jetzt sind die neue da hakus hat ein beruf natürlich nur ein ist alle damit erledigen war hakus hand an was auch kacke bleibt doch mal stehen ich muss auch gar nicht damit erledigen leckt mich doch der ist auch voll nervig die letzten hallo dann kommen jetzt keine neuen weil ich hier nicht alle dann werde ich habe ich kann so alles mit der komo erledigen und sagt ja wenn wir es waren am schubstöten das war karlin die politik den schädel da gibt es noch nicht karlin ist hier wesley leck mich am arsch war auch damit also ich habe ganz andere okay das nervt langsam wie machen wir das ich bin mitten in der komo die drehen sich einfach um ich teleportiere mich hinter den und die war und dann mache ich mal hier so was ist hat wie können wir gehen angeführt mit so einem blöden seitwärtsschritt aufweichen aber wenn ich immer einsetzen dann geht es nicht bis dann habe ich einfach so koppelig mit dem ganzen spezialangriff irgendwie gar nicht mehr in dem spiel ein lang auf den ich schon mal nicht benutzen werde ich treffe ja gar nichts damit ok also bis zu irgendwann kommt da kann ich das perfekte kam ja einsetzen wollte ich ja noch weil ich ja eigentlich auch schon ab aber ist schon du bist was besonderes halt warte ich muss die technik erst noch erklären dass steuern kam ja das steuern kam ja mehr eignet sich perfekt wenn du viele gegner hast ja super es wird bestimmt sich sein jetzt sollst du diese technik meistern das ist das jetzt was ich hier zeige 4 4 glück und ich drücke die daumen da sieht man jetzt irgendwas abgeschlossen wir suchen uns noch mehr leute hier zum trainieren wenn ich ausgehen aber zu tun haben wenn ich jetzt noch irgendwo da oben aber ich habe jetzt neue freigeschaltet mehr also müssen ja noch mehr umlaufen oder liegt was mit einer energie kapseln nicht irgendwie ausrüstung oder so am anfang wir sind noch einmal so platziert eines vegeta in seiner super klamotte ist auch sein was hey ich bin kaum überrascht noch ein überleben zu treffen unsere spezies c und du bist auch ein zeit soll hat die anderen sind mir egal aber ich kann einem zeit in dem not nichts abschlagen wenn du gut wenn du genug talent hast mache ich dass die an echten krieger meine lektionen finden im einsatz statt ich habe keine zeit für spielchen aber sie ist aus es wäre so weit für ein paar lektionen habe mich bis zu sagen gedacht diesmal auch ein bisschen können mitzubringen ja klar aber ja ich habe schon gegen super begeta also wegen ball super begeta nicht super begeta wie in den zell spielen zell sager eigentlich nur android sagen cyborg sager was soll's du wirst schon meine gar nicht strahl ok genau so kam ja der baum habe gab ihn ich glaube ich mir geht zu meinen meister machen gerade ich muss irgendein meister wechsel mal jetzt bringt es mir nicht mehr clean als meister zu haben also gegeben irgendwelche werte haben die mir nicht früher immer dingens gegeben irgendwelche super seelen am ende geht es auch nicht okay das scheint schwer zu sein unterrichtet zu werden aber ich werde mich nicht da entweder zurück erinnern uns dafür sorgen dass du mithalten kannst mal sehen du kannst anfangen die gar nicht gestrahlt technik zumeist ja nicht gerade beigebracht haben denk dran ich habe keine zeit alles für dich zu erledigen nutzt beim lernen eigene sinne ist das klar sei mein meister ja ist gut wenn mich nicht zurückhaltig beim begeta verdammt so mal hier langsam alles füllen war schon zwei meisterlich trainieren kann unter denen ich trainieren kann warum ist piccolo und am schuh glaube ich weil es ist glaube ich kein geheimnis dass ich den schland den schland schipoten das glaube ich kein geheimnis dass ich irgendwann mir ausgehen wieder parallel was machen muss dann kann es ja nicht schaden die währenddessen noch zu haben nur mit einer soldaten was sie aus jetzt so kraft entschuldige ich habe mich nicht vorgestellt ich bin tension an schipoten ein kampf sportler von der erde ich weiß genau über die zeit betritte um zu wissen was los ist du möchte stärker werden was hältst du auch wenn ich dich beim training unterstütze für mich wäre es auch gutes training immer zu entrichten hilft dem lehrer seine fähigkeiten zu verbessern meine technik mal sehen auf den kampfstil der kranichschule aber ich habe sie gemeistert verbessert ich finde meinen kampfstil die neue kranichschule entschuldige willkommen vom thema ab wenn du dich vermeintes die interessiert bringe ich dir das bei aber selbst welche testen um zu sehen ob du ja 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 ich weiß ja weil sie mich ja mal nochmal warum hat er noch ein trittes auge weil er erleuchtet ist oder irgendwie so hat ja er erleuchtete so schnell kaputt ich hätte mal sogar wieder eingesetzt wurde im kaiser jetzt einmal alles hätte irgendwie mit der pistole jemanden abgeschossen kopfschuss aber drei augen hast du bestimmt eine gute genauigkeit gut über das ski meisterlich es sollte ausrechnen diese technik zu lernen nur anwalt ich dich versteckt im auge in allen meinen dreien und spielte das training an wenn du kraft groß genug ist ja geil aber nächster ich muss sachen zum trainieren haben auf screen ich weiß da oben in da ist piccolo glaube ich und am schüler hat ich bin ein neuer schüler noch so ein schwach kopf dass ich hier hoffentlich bist du keine zeitverschwendung wenn du die geschichte erde kannst weißt du welch bin wenn du das kämpfen lernen willst helfe ich dir aber denkt ja ich dass das einfach sein wird wenn du mit mir trainiert wirst du entweder stärker oder stirbst die goldene mitte gibt es hier nicht wenn wir verschwindet gleich wieder oder du kommst zudem zurecht was ich austeile sie ja dann du musst ein mal so schießen die trainingsfalle freiwillig erleben wird bevor ich nicht näher musste mir zeigen was du drauf hast kämpft gegen mich ich werde dann schon sehen ob du ein echter krieger bist oder nur ein dumpfkopf der keine angst hat geil richtig geil okay gut mehr komme er grüner mann der fünfte versteckte von den turtles böse sprengung ach da ist diese ja genau die viel früher machen soll wie denken die eigentlich wieder abläuft irgendwie zwischen gehen meister hin und her weg zu erwarten ja viel zu einfach gewesen ich fiel zum offscreen level egal wenn man hat auch irgendwie schon abgeschlossen ist auch nicht schlecht es wirklich war gut dass du mich du hast mich überzeugt und ich möchte mich entschuldigen ich war zuvor zwar zu dir war ich dann entschlossenheit testen wollte aber einstellungen hin und her entspannt ich entspannen kannst du dich trotzdem nicht es ist wahr dass mein training die hölle ist werde ich im form prügeln also trainierter als jemand zuvor geil das ist schon der nächste am schuh wollen wir werden nicht unter dem schuh trainiert hey du bist heilsalat richtig cool ich bin ja am schuh die kann ja doch die kann schon der zeit hat mich gebeten die beim training zu helfen nach kraftfähig kann und aussehen bin ich der beste techniker der erde weil ich technisch bestimmt nützlich das ist noch nicht mal so weit herr holt allein dieser energie ball ist schon weil sie mich ist eigentlich theoretisch eine sehr gute idee aber naja das problem ist am schuh und sie entwickelt du willst dass ich die technik bei bringen oder ich kann sie dir nicht alle auf einmal zeigen muss beweisen dass du die technik meisterst dich in den rauen büsten die erde verfeiert habe ja kein ding warum nicht fun fact am schuh hat mal son goku besiegt in dragonball sagen was er wollte aber jetzt über den sich hier jeder lustig macht hat gespielt hat oder ist eine fähigkeit ich verarschen das sollte keine fähigkeit sein was ich sagen wollte ist jeder macht sich über am schuh lustig aber letztendlich kann er irgendwann in seinem grab liegen und sagen ich habe mal son goku besiegt also ein kind war aber ich habe immer besiegt das können nicht viele sagen das kann doch nicht mal wie geht davon sich behaupten das macht das irgendwie noch trauriger wird ich habe noch zeit für zwei kommen schon zwei bin ich noch nicht übel gar nicht übel jetzt heißt oder an könnt war es mit meinen trinken bist du gezeugt kommen ganz sicher das kommt zu mir damals her trainingsplan optisch ja ich kann mich bald wie ein meister tod stellen aber was was willst du gerade etwas das bühne roja verdammt energie kapsel es muss das ding los lass mich raten er weiß das was sie hatten ja habe ich gefunden der lage kapsel ist hast du nicht zu welchen exemplar oder ich suche etwas energie kapsel ist ja hier bitte gut gegen die kapsel mit zu tauschen wir sind bei noch nicht gewesen da geht mal rein da ist david den suche ich nicht platziert immer noch voll sind immer noch voll schrecklich aus dieser drache riesengroßer der ist verdammt riesig ja hier habe ich mal irgendwo so ein pilzhut gefunden sowie jetzt läuft natürlich nicht immer drum ein meister finde ich noch kommt ja name knell bist du irgendwo hier ich habe ich kann mal irgendwann fliegen wird irgendwie die ganze zeit nur damit wenn irgendwie nur mit damit geärgert hat ich das machen kann aber ich kann es noch nicht das regen wir auch hier oben jetzt aber allerdings noch nicht die dragon balls gefunden ich glaube natürlich sehr viel später machen wenn ich diese zeit so laden locker platten kann geheimnis drängen muss ich weil ich anfangen zusammen wenn ich irgendwann keine ahnung wenn ich stark genug bin und die locker bekommen kann habe ich gerade gesagt ich bin kein meister mehr dreck dass ich habe neue meister freigeschaltet ich finde ja er war schon vorher da hat weiß ich dann hat händchen an neu gekommen ist an einem screen geta hat er hat schon was für mich direkt aber dass man hat gehört anscheinend nichts wir sind alle versteckt irgendjemand sucht da nur einen meister der mich trainieren kann ein aber nein hier ist nichts wir haben jetzt natürlich nicht auf den dingen aufrufen wir haben jetzt schon ich glaube wir haben schon alle sieht irgendwie so aus gut den nächsten sehen ausgibt haben und dadurch ja und danach kommt gino und freezer nehme ich an egal dann habe ich ein zwei drei vier fünf leute die ich trainieren kann die technik tun alle immer on screen machen würde ich sagen das reicht für diesen part in diesem part weiß ich noch nicht mehr machen aber ich werde mir schon mal ein verein ich will mal versuchen die story hier abzuschließen von der freezer lager und etwas was für mich wochen wir essen und dann gucken wir mal wer hat nichts dann gucken wir weiter geht jedenfalls bedanke ich mich alle herzlich für so schauen und sage tschüss bis zur nächsten folge das war es falsche egal tschüss